Der DAX im freien Fall. Normalerweise wünscht man sich in so einer Situation nicht unbedingt einen harten Aufschlag. Beim DAX mag das ein bisschen anders sein. Manche einer wünscht sich, Mensch, lass ihn doch mal irgendwann mal irgendwo auftreten und dann oder auftreffen und dann aber auch tatsächlich drehen. Der Flummi-Effekt, das ist was, was sich die Bullen wünschen. Nachvollziehbar und durchaus noch möglich, aber es wird immer, immer brenzliger hier in der Situation. Nachdem wir die 15.400 jetzt durchstoßen haben und wir immer noch in dieser blauen Kiste sind, aber wir kommen an die Unterseite und ich muss noch mal betonen, aufgrund dieser sehr komplexen Seitwärtskorrektur, das ist so ein bisschen nebulös, das ist nicht eine harte Linie. Normalerweise beim Dow Jones, da konnte ich euch eine ziemlich messerscharfe Linie nennen, wo ich gesagt habe, naja, wenn er da durch ist, ist das Thema durch. Dann haben wir die Überschneidung, da haben wir die Vergleichsgrößen und konnten dann sagen, das ist jetzt korrektiv, das kann also jetzt nicht mehr hinhauen. Das ist hier beim DAX ein bisschen unübersichtlicher, aber tja, dementsprechend vage, wo soll er denn dann drehen oder hätte er nicht schon vielleicht drehen müssen. Noch ist es halbwegs okay, aber viel mehr Platz bleibt tatsächlich nicht. Also wir haben inzwischen sogar die gelbe Marke hier erreicht, das heißt so halbwegs diese 1, 2, 3, diese gleichen Größenordnung. Wir tauchen so langsam, aber sicher, noch nicht in diesem Moment, aber so langsam, aber sicher, aktuell steht er bei 286. Das Tief des Tages war heute ungefähr, ich messe es jetzt mal so Pi mal Daumen, 229 in etwa, also knapp an der 30, 230er Marke. Nur wenn er da durch geht, naja. Also ich habe den Eindruck, die große Begeisterung doch nochmal in das Bullenlager zu wechseln, die ist relativ groß und nachdem wir ja auch bei den Amerikanern gesagt haben, naja, eigentlich, wenn der Dow noch runter geht, dann wird der DAX wahrscheinlich sich da nicht halten können. Die nächste Zone wäre dann ungefähr hier bei 14.500 und ich vermute mal, dass das angegriffen ist. Wer sich jetzt das sehr konkret wünscht und sagt, Mensch, kann man da nicht gleich einen Trade draus ableiten, du bist doch auch negativ, ich gehe da mal short. Für uns, für unsere Handelsart und Weise ist das nicht konkret genug. Da kann ich jetzt nicht reingehen, ah, ich habe kein gutes Gefühl mehr. Jetzt gehen wir da mal short. Da brauchen wir immer diese Aufhängungspunkte, die ich ja immer wieder anspreche. Die haben wir aber im Moment beim DAX nicht und dementsprechend kann ich das nur so als Grobindikation mitgeben, vielleicht als Filter für eure Überlegung. Seid vorsichtig, jetzt hier pauschal einfach auf die Longseite zu gehen. Ich habe da kein gutes Gefühl mit, also seid da ein bisschen zurückhaltend. Gibt es eine Chance, wenn wir auf einen kürzeren Chart gucken? Ja, aber wenn ich mir das hier so genau angucke, also die letzte Zeit immer noch abwärts, die letzten paar Minuten geht es jetzt mal so ein bisschen nach oben, so die ganz große Begeisterung, die fehlt da noch. Also, was bräuchte es, um mich wirklich in das Bullenlager zu ziehen? Naja, erzähle ich euch nichts Neues. Ich möchte sehen, dass der Kurs mal irgendeinen starken Anstieg hat und dann wackelig runterkommt. Sowas in der Art. Dann würde ich zumindest ihm ein Zwischenlong nochmal zutrauen und den kann man dann als kurzfristiger Händler handeln und wer dann wirklich sagt, komm, lass es uns versuchen. Wir sind in der Nähe von irgendwie so einer Unterstützungs-, na, ich sage mal Wolke-Cluster will ich gar nicht sagen, weil der Vielzahl der Marken, die da irgendwo in dem Eck rumschwebt, aber wir sind da so halbwegs in der Chance, dass da irgendwie was passiert. Ich bleibe mal drin, ich nehme hier nicht die Gewinne mit oder vielleicht nur einen Teilgewinn, ziehe dann allerdings den Stop hinterher in der Hoffnung, dass er weiterläuft und wenn er dann doch dreht wieder, wie er das hier ja schon mehrmals nach Korrekturen gemacht hat, ja, dann fliege ich halt raus mit Plus Minus Null. Also, das ist so the best offer, was man so halbwegs machen kann aus meiner Sicht aktuell hier beim DAX in dem Moment. So ein bisschen die Restchance besteht noch. Vielleicht, wenn er die nächste halbe Stunde nochmal so ein bisschen nach oben zieht, das ist ja der DAX Index und ihr seht, dieses Verhaltensmuster, das ist noch keine klassische Umkehrkerze. So sähe die aus und für alle die, die das wirklich als Kerze lieber mögen, schwupp, so könnte das aussehen. Wenn ihr so einen kleinen Körper habt, einen langen Tail auf der Unterseite, wenn er also sich jetzt noch bequemt, in den nächsten Minuten ein bisschen höher zu gehen, dass wir wirklich einen kleinen Körper oben haben und einen langen Tail auf der Unterseite, könnte ja noch passieren in der letzten halben Stunde, dann wäre die heutige Tageskerze vielleicht sogar geeignet, zum Beispiel beim Bruch der höchsten Marke des Tages dann eben als ein Umkehrsignal, dann als Long-Indikation gehandelt zu werden. Also, das ist so ein bisschen so eine grobe Idee, wie man damit umgehen kann. Ihr habt hier so ein Beispiel, ihr habt hier ein Beispiel in die andere Richtung. Hier ist so eine gleiche Kerze, das stimmt allerdings nicht ganz, weil der Kurs eigentlich eher noch von der Abwärtsseite kommt, nur dass ihr diese Kerze so ein bisschen von der Formation habt. Auch diese Kerze ist gut. Allerdings, mein Tipp, einfach nur diese Kerze ist mir zu wenig. Hätte ich hier ja auch nicht wirklich getragen. Das müsste schon irgendwo sein, wo auch eine Umkehr wahrscheinlich ist. Ja gut, das könnte ich mir hier vorstellen. Also, beobachtet das mal, wenn ihr heute Abend nachbörslich draufguckt oder morgen früh, bevor es losgeht und dann sieht die Kerze so halbwegs aus, wie das, was wir hier haben. Dann wäre das sogar noch auf Tagesbasis ein möglicher Long-Trigger, als ein Versuch. Wollen wir es nochmal packen hier? Wollen wir nochmal einmal einkaufen? Ja, machbar. Aber wenn die Kerze so bleibt oder vielleicht sogar noch weiter das Tagesende wieder nach unten kommt, also so rötlich aussieht, so ähnlich wie diese hier, die davor ist, dann bleibt es wohl wahrscheinlich bei den eher negativen Szenarien. Wie sieht es in Amerika aus? Ich hatte ja gesagt, so ein bisschen konkreter habe ich das immer schon ganz gerne. Theoretisch haben wir das. Das ist so ein Halbweg fake, was ich euch jetzt hier zeige. So ungefähr dieses Verhaltensmuster mit Zielrichtung hier. Zwei Argumente, warum das jetzt konkret nicht so gut. Viele sagen, naja, mach doch einen Trade draus. Warum hast du uns da nicht einen konkreten Trade draus gemacht? Die Situation haben wir angesprochen und die halte ich auch nach wie vor für eine durchaus einigermaßen nachvollziehbare. Wir dürfen noch nicht vergessen, das ist jetzt das Future Build, der Index, also der Index des Dow Jones, der hat hier kein neues Hoch gehabt. Das lag daran, dass diese Verfallstagskerze durch den Kontraktwechsel, also dieses Hoch sogar etwas niedriger war. Das lässt das ein bisschen fraglich erscheinen. Und das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich hier geshortet habe, bis darunter mit den möglichen Stop-Varianten, das passt nicht so richtig. Aber darüber hatten wir schon längst gesprochen. Nichtsdestotrotz, ich halte vorläufig eher an der Idee fest, dass das so das nächste Mindestziel ist, 33.600. Es würde mich nicht wundern, wenn er das macht und wenn ich mir das hier angucke. Ihr seht immer noch relativ starke Abwehrzeiten. Dreiwellig ist immer ein Zeichen für die falsche Richtung oder sehr gerne ein Zeichen für die falsche Richtung, dass es da noch mal weitergeht. Im Moment sind wir wieder sehr wackelig nach oben. Also das ist jetzt ebenfalls wieder ein Hinweis, die haben keinen Bock, die haben keine Stärke. Also jetzt massiv auf die Long-Seite zu setzen, ich finde es mutig. Ich kann völlig falsch liegen, aber das ist nicht das klassische Bild eines Marktes, der richtig Lust hat, gekauft zu werden. Also insofern die Marktteilnehmer auch im kurzfristigen Bild noch nicht so richtig motiviert. Ich denke mal, nachdem, was da jetzt losgetreten wurde, sind die Chancen, dass es da weiterhin noch mal nach unten geht, relativ groß. Ich denke, jetzt wird man wohl das bärische Szenario einfach noch ein bisschen weiterfahren. Einige werden sagen, ja, jetzt vor Oktober, Mai eh nichts. Also September, Oktober sind ja noch mal so Schreckensmonate. September tendenziell einer, der nicht so gut läuft. Ja, das haben wir wohl in diesem Monat auch so. Und der Oktober einer, der sehr böse auch noch mal nach unten gehen kann. Vielleicht ist das ja der Anlass, dass die Marktteilnehmer dann tatsächlich noch mal so 32, 31.500, irgendwie sowas, vielleicht die 31, irgendwas mit 31 vorne, sage ich jetzt mal, dass wir da in diese Zone dann noch mal reinkommen mit einer heftigen Bewegung. Wer weiß, welche Nachricht da noch mal negativ aufstößt, dass es sich da noch mal beschleunigt. Das wäre jetzt so mein präferiertes Bild. Wir werden sehen, ob es passiert oder ob die Marktteilnehmer vielleicht bei Erreichen hier der 33.600 auf dem Future gerechnet, an der Marke vielleicht dann doch sagen, komm jetzt versuchen wir es, wenn noch mal hier, was soll's. Naja, wir werden es sehen, aber vorläufig sehe ich null Stärke hier und null Ambition, dass die Marktteilnehmer hier willens und in der Lage sind, hier noch mal sich gegen aufzubäumen. Die entsprechende Marke beim SOP 500, die liegt im Bereich von ungefähr 4.300 bis ungefähr 4.250, ein bisschen oberhalb, 60 von mir aus hier. Das wäre jetzt so die Zielbox. Ansonsten eigentlich adäquat, also wenn ich das hier noch mal zur Seite schiebe, auch hier gilt natürlich dieses Grundprinzip, scharfe Bewegung, wackelig nach oben. Der mögliche Trigger ist hier an der Stelle gewesen mit ungefähr dieser Erwartungshaltung. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, als eine Möglichkeit, wie man der Sache begegnen kann. Also alles, was vorher da dreht, würde mich schon eher wundern. Auch hier im 5-Minuten-Chart hat man den Eindruck, als ob aufwärts, ach ja, komm hier, da ging es mal runter und jetzt hier schon wieder. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht attraktiv. Dementsprechend die Abwärtsseite finde ich nach wie vor etwas, bis zumindest mal zu dieser Zone. Und das ist der erste Hoffnungsschimmer, der da ist, vielleicht für die Marktteilnehmer, insbesondere beim S&P und adäquat beim Nasda, gucken wir uns gleich an, dass die Marktteilnehmer sagen, na komm, jetzt haben wir doch hier einen Ausverkauf gesehen, jetzt sind wir da doch nochmal ein bisschen positiv, machen wir den Kopf hoch, gute Miene zum bösen Spiel und an der Stelle versuchen wir zaghaft zu kaufen. Vorsichtig, das wird zu prüfen sein. Das ist keine Ankündigung. Ich kann mir aber extrem gut vorstellen, dass ungefähr in diesem Bereich viele Marktteilnehmer ernsthaft darüber nachdenken, zu kaufen. Ob sie es tun, das werden wir sehen. Also bitte nicht sagen, da liegen Linien, da muss der Kurs dann nach oben. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, das ist so eine Entscheidungsgröße. Irgendwo in diesem Bereich hier, den ich genannt habe jetzt hier, und ziehen müssen wir ein bisschen nach vorne, kann ja schon morgen oder übermorgen sein, aber irgendwo in dieser Zone, da müssen wir damit rechnen, dass die Leute schwitzige Hände kriegen und sagen, ach, sollen wir schon, sollen wir schon, vielleicht kommt dann sogar noch eine gute Nachricht und der Kurs hat eine Chance zu drehen. Mein Tipp, lasst euch erstmal zeigen, ob die Marktteilnehmer da irgendwie anbeißen. Wir haben es häufig auch schon gesehen, dass sie gesagt haben, haha, interessiert uns gar nicht, wir gehen da einfach durch. Also nicht einfach sagen, da liegen ein paar Unterstützungen im Markt, da muss der Markt drehen, sondern macht es so, dass ihr in dem Bereich schaut, ob die Marktteilnehmer kaufwillig sind. Ich deute das mal hier an. Ich mache es mal hier im 4-Stunden-Chart, da haben wir mehr Platz. Also noch ein bisschen runter und dass der Markt dann eben schub hoch, wackelig runter, irgendwie sowas in der Richtung. Von mir aus, wenn ihr Kerzenliebhaber seid, eine Wendekerze, von mir aus, wenn ihr Indikatorenliebhaber seid und ihr meint, Mensch, mein Lieblingsindikator, der zeigt mir an, der Kurs fängt jetzt an zu drehen. Also ich würde, naja, ich würde nicht alleine einen Indikator nehmen, ich möchte auch kursmäßig sehen. Warum? Indikator gibt so ein bisschen das Momentum wieder. Es kann also durchaus sein, kommt immer darauf an, welcher Indikator, dass das Momentum hier in die Abwärtsseite abflacht, weil die Leute zögerlich sind. Nee, ich will aber ganz konkret wissen, nicht so, na, liebäugelst du? Nein, ich will konkret wissen, hast du Geld in der Hand und nimmst dir die Anteilsscheine ab? Also die Futures, die Aktien, die was weiß ich was, die den Kurs hier wieder nach oben bewegen wollen. Also das möchte ich schon ganz konkret sehen, dass der Kurs hier auch Druck nach oben ausübt und nicht einfach nur so ein bisschen da Pause macht oder vielleicht so halbwegs wackelig hochkommt im Rahmen einer Korrektur. Achtet da drauf, lasst euch da nicht zu schnell irgendwie aufs Glatteis führen. Und wenn ihr da was verpasst, na gut, aber es ist eine Menge Platz noch nach unten da. Wir haben drüber gesprochen, dass es nicht unmöglich und schon gar nicht unrealistisch ist, dass der Kurs sogar dieses Szenario hier fällt. Also realistisch ist es allemal. Werden wir sehen, ob die Marktteilnehmer das aufgreifen oder nicht. Beim Nasdaq ist das ziemlich ähnlich. Da haben wir die Zone in etwa, Nasdaq Future ist das hier, 14.400, 14.200, so ganz grob. Das wäre jetzt aus meiner Sicht so halbwegs das Pendant dazu als Marke. Vielleicht behaltet ihr das so halbwegs im Hinterkopf, wenn ihr überlegt, wenn der Markt irgendwo dreht, dann da in der Ecke. Könnte ich mir das entsprechend vorstellen, aber wer, wenn nicht. Beim Nasdaq, da dürfte auch noch ein bisschen übertreiben. Beim Dow Jones, hm, der dürfte ein bisschen übertreiben. Schließlich haben wir sogar noch die unteren Ziele. Allerdings, und das ist das Witzige, naja, witzig in Anführungsstrichen, das Interessante, wenn der Kurs das nicht hält und wenn der Kurs diese Hochs nochmal, die wir im Dezember letzten Jahres beziehungsweise im Januar diesen Jahres oder Februar diesen Jahres hatten, Anfang Februar diesen Jahres hatten, wenn er diese nochmal unterschreitet, dann ist von S&P zumindest mal dieses bullische Bild rum und dann haben wir das nächste große Dilemma, dass wir dann eigentlich tatsächlich nochmal richtig auf Null und dann aber ohne 4.000 einzusammeln. Also gehe über los, naja, gehe nochmal einmal tiefer und dann gucken wir uns das an. Also hier wird's nochmal schwitzig, deshalb freue ich mich umso mehr, wenn ihr die Woche über die Videos weiterverfolgt. Euch jetzt erstmal alles Gute für den Nachmittag in der Hoffnung, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, ein bisschen ein Tenor habt, eine Idee, wie ihr damit umgeht. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr eure Entscheidungen richtig umsetzen könnt und wünsche euch alles Gute.